Habt ihr eigentlich schon mal was von Woosh gehört? Das sind Bildschirmreiniger, die selbst Apple in ihren Apple Stores verwenden, weil die die Bildschirme so schön sauber machen. Und nachdem ich die testen durfte, weiß ich jetzt auch, warum sie das tun. Und dieses Reinigungsmittel gibt es in unzähligen Packages und Varianten. Auf jeden Fall Sinn macht so ein kleines Sprühfläschchen hier. Einfach einsprühen mit dem beiliegenden Mikrofasertuch wischen und es wird super sauber. Im Unterschied zu normalen Glasreinigern ist aber zum Beispiel hier auch kein Alkohol drin. Es riecht komplett nach nichts, kein Ammoniak, komplett geruchlos, ungiftig. Darüber hinaus schützt es für eine gewisse Zeit vor Staub und neuen Fingerabdrücken, sodass eure Displays lange so schön glänzend bleiben. Für unterwegs oder kleinere Geräte tun es auch diese feuchten Tücher hier. Sieht aus wie für Babys beim Wickeln, macht aber streifenfreie, saubere Bildschirme. Wenn ihr viele davon habt, macht sicher auch so eine Nachfüllflasche Sinn. Schaut doch einfach mal vorbei. Ich finde, die sind ziemlich cool und verstehe jetzt auch, warum die in allen Apple Stores verwendet werden. Sie sind nicht ganz so günstig.